Anna-Karina Wojciak, sie zeigt sich ihrem neuen Partner. Anna-Karina Wojciak, 30, ist frisch verliebt. Rund zwei Monate nach der Trennung von Schlagersänger Stefan Mross. 47, ist die Musikerin wieder in festen Händen. Der neue an ihrer Seite, Daniel B., Key Account Manager aus Österreich. Dass Daniel Furtan fest der Bestandteil ihres Alltags ist, teilt die 30-Jährige jetzt ganz offen mit ihren FollowerInnen auf Instagram und zeigt erstmals das Gesicht ihrer neuen Liebe. Bereits zu Weihnachten ließ die 30-Jährige ihre Fans an ihrem neuen Glück teilhaben und bestätigte mit einem gemeinsamen Bild unter dem Weihnachtsbaum ihre neue Liebe. Nun gibt die Sängerin noch einen genaueren Einblick, wer der neue Mann an ihrer Seite ist. Denn auch bei dem Dreh ihres neuen Musikvideos war ich Daniel nicht von ihrer Seite. In ihrer Instagram-Story postet die Sängerin ein gemeinsames Bild der beiden mit dem Kommentar, You Make Me Complete. Welche spannenden Neuigkeiten es bei anderen Schlager-Stars gibt, lesen Sie in unseren weiteren Schlager-News. Verwendete Quellen, Instagram.com